hallo und willkommen dieses ein kleines video welches ich gerade nur über mein handy aufnehme und es geht um mein steinberg uhr 22 mark 2 welches ich als audio interface nutze und ich mag es auch eigentlich als audio interface das große verdammte problem mit dem ding ist wenn du das ding über usb 3 anschließt hast du das problem dass der sound aber besser nicht das sound sondern das komplette gerät sich ab und zu einfach mal ausschaltet für sekunden und wieder anschaltet was absolut nicht in ordnung ist ich weiß es ist ein usb 2.0 gerät aber usb 3.0 ist komplett abwärts kompatibel mit usb 2.0 und steinberg hat gesagt das ist ein bekanntes problem man sollte das steinberg uhr 22 mark 2 nicht unter usb 3 anschließen sondern nur usb 2 verwenden weil dann halt dieses problem kommt weil das ein treiber problem ist dann sage ich dann fix dieses scheiß treiber problem es kann doch nicht so unglaublich schwer sein und ich habe glaube ich noch gehört dass es ein problem mit dass es ein problem mit wunderschönen gibt was es angeht aber wie gesagt wenn es hauptsächlich ein treiber problem ist warum kann man das nicht einfach lösen klingt für mich eigentlich nach ein einfaches problem aber die leute wahrscheinlich von meinem stellenberg haben das problem wahrscheinlich schon öfters gehabt und haben es versucht zu lösen und es wahrscheinlich nicht geschafft aber naja die ist ein nicht geschnittenes video tut mir leid für die qualität diese woche kommt sowieso noch ein besseres nächste woche denn kommt dann auf jeden fall noch ein besseres video und ich arbeite auch noch einen anderen video und ein paar anderen videos und nebenbei also es wird auf jeden fall passen kommt das wollte ich nur gerade hier loswerden